Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute geht es mal darum, wie ihr unsterblich sein könnt. Das Ganze ist aber leider auch relativ schnell aufgehoben. Alles, was ihr nicht machen dürft, steht nochmal unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn ihr solche Spieler aus diesem Modus wieder rausbekommen wollt, hier oben rechts gibt es direkt eine Anleitung dazu, wie das funktioniert. Ihr braucht hierfür auch mindestens eine Agentur. Was für eine Agentur ihr dafür nehmt, ist total egal. Es funktioniert mit jeder. Ihr geht dann in die Agentur rein, geht dann mal vor zum Service-Schalter, rechte Pfeiltaste drücken und dann solltet ihr ganz unten den SUV-Service besitzen. Und dann schaut ihr mal noch, dass ihr auf eurem Handy in der Jobliste einen Job drin habt. Habt ihr dort nichts drin, dann müsst ihr einen der Kontaktleute jetzt hier anrufen, die ich hier einblende und euch dort einfach einen Job besorgen. Ihr müsst bitte nur darauf achten, dass wenn ihr so einen Job euch holt, so eine Mission, dass dieser Hintergrund von dieser Mission blau hinterlegt ist. Ist er zum Beispiel gelb, ist er zum Beispiel grün, dann funktioniert das Ganze nicht. Es geht auch nicht mit Team-Deathmatch oder mit Heist-Missionen, das funktioniert ebenfalls nicht. Habt ihr dann eine der Kontaktpersonen angerufen und habt jetzt einen Job auf dem Telefon, geht jetzt auf diesen Job drauf, drückt doch mal auf den Job X und jetzt müsst ihr dauerhaft die Optionstaste gedrückt halten, dann einmal X drücken und sofort die Optionstaste loslassen. Dann solltet ihr jetzt im Optionsmenü drin sein und sobald ihr dort drin seid, wieder Optionstaste drücken, rechte Pfeiltaste durchspammen und dann solltet ihr jetzt in der Dienstleistung drin sein und wenn unten rechts nichts steht mit Wird heruntergeladen, dann habt ihr das Ganze nicht gehittet und müsst das einfach nochmal probieren. Ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt, auch wenn ihr sterbt. Wenn ihr das später fehlt, dann könnt ihr das trotzdem so lange wiederholen, bis es dann irgendwann klappt. Was auch ab und zu passieren kann, ist, dass der Job einfach herunterlädt. Ihr nicht die Möglichkeit habt, in dieses Servicemenü reinzukommen. Ihr drückt einfach die 1-Taste und wenn sich oben links kein neues Fenster öffnet, dann verlasst ihr den Job. Ihr habt auch gerade nochmal gesehen, die Mission war blau. Beim vierten Versuch hat es dann geklappt. Ich bin auf die Mission wieder draufgegangen, Optionsstaste gedrückt, gehalten, X, Optionsstaste losgelassen, Optionsstaste drücken, rechte Pfeiltaste durchspammen, Mission wird heruntergeladen und sobald die Mission heruntergeladen wird, spammt ihr automatisch die R1-Taste durch. Oben links das Menü geht auf, sofort auf den SUV-Service gehen, X drauf spammen, dann anfangen wieder Kreis zu spammen, um aus diesem Job wieder rauszukommen, die Meldung mit X annehmen und dann die Pfeiltaste nach oben durchspammen. Ihr seht, wir bekommen jetzt eine Anfahranimation, das Handy geht nach oben und hier einfach weiter die Pfeiltaste nach oben durchdrücken. Ihr seht, ich gehe immer wieder von unten nach oben durch und dann landet ihr im besten Falle jetzt wieder vor eurer Agentur und damit seid ihr jetzt automatisch verglitscht. Sollte es euch passieren, dass ihr durch die Karte durchfallt und sterbt, sollte es euch passieren, dass ihr vielleicht mit dem Fahrzeug zum Zielort fahrt, ist das alles nicht schlimm. Ihr könnt den Klitsch dann trotzdem immer wieder wiederholen. Ihr könnt das Ganze dann testen, indem ihr euch mal mit Explosiv-Munition einfach mal wegballert und ihr seht, wir gehen nicht drauf. Ihr könnt nun euch noch als CEO registrieren, ihr könnt euch als MC registrieren. Ihr dürft halt wie gesagt nur nicht in Gegner-Modis reingehen direkt. Ihr könnt hier Führungsflucht machen und euch Kohle holen und könnt halt wie gesagt auch anderen Spielern dabei einfach mal helfen, Geld damit zu machen. Das war es nun auch schon mit diesem Klitsch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr noch auf der Suche seid nach Leuten zum Zocken in GTA oder zum Traden von Fahrzeugen, dann kommt auf jeden Fall mit auf den Discord-Server. Bis dahin, wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss. Bis dahin, wir sehen uns das nächste Mal.